Lampokistan Gaming ist hier zurück in der Diablo 4 Beta. Wir können noch einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Und zwar könnten wir jetzt theoretisch auf die Basisfertigkeiten gehen. Ich habe noch nicht erkannt, wo wir die Mana tränken. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir hier weiter auf Feuer gehen oder lassen wir das als Feuer und bilden uns hier weiter aus in Eis? Oh, was ist das hier? Also, maximales Mana erhöht sich. Eher Blitz vielleicht. Ein Kettenblitz für Fläche. Entfesselt 5 Blitze, die sich in unvorhersehbare Richtungen über den Boden bewegen und jeweils 7 Schaden verursachen. Oder einen Blitzstoß, der 17 Schaden verursacht. Okay. Eis-Splitter. 5 Splitter. Also, wir haben immer einmal einen Einfach-Attack und einmal für... Kombo-Blitze waren, glaube ich, in den früheren Diablo-Teilen auch nie so geil, ne? Aber wir sind halt in einer Eiswelt. Das ist halt... Komm, wir machen die... Wir machen sie einfach mal rein. Tag und gehen. Die sind direkt auf Vierecke gelegt. Fantastisch. Okay, jetzt brauchen wir weitere 3 Punkte, um auf diese Fertigkeitsstufe zu gelangen. Ja? Basis-Fertigkeiten. Okay. Dann haben wir noch Unterpunkte hier. Verbesserte Kombo-Blitze. Große Kombo-Blitze. Das ist natürlich, ne? Sehr störerische. Vielleicht müssen wir uns hier entscheiden. Das ist die Frage. Ich glaube, das deute ich auf das X. Wir müssen uns hier entscheiden, ne? Da wird das andere dann geblockt. Okay. So, lass mal weitermachen. Ja. Mana regeneriert sich aktuell automatisch. Können wir das einsehen? In welchem Ausmaß sich das... Oh, jetzt sind wir im Profil. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerne... Den linken Stick gedrückt. Okay. Linker Stick reindrücken. Dann kommen wir hier auf unsere Werte. Offensiv. Ah, Intelligenz wahrscheinlich. Damit wird das... Erhöht Fertigkeiten, Schaden. Widerstand gegen alle Schadensabschlüsse. Okay, das sind generelle Stats. Unsere Widerstände. So, das ist unsere Vielseitigkeit. 100 Mana haben wir. Mana Regeneration 10 pro Sekunde. Aha, okay. Also. Lass mal weitermachen. Wir haben gelevelt. Hier die Leute haben wir gelegt. Beziehungsweise sind ein Typen. Jetzt geht's hier weiter. Oh, es ist halt die... Der Random-Faktor der... Der Blitze ist halt ein bisschen... Eventuell das Problem. Nochmal ein ehrliches Zauberstab. Den müssen wir uns direkt angucken. Ja. Der ist besser als unser vorheriger. Nehmen wir direkt. Fuck. Erstmal hier so einen Kombo-Blitz reinlassen. Oh, One-Hit. Okay, krass. Brauchen auf jeden Fall Items, die Lebenspunkte regenerieren. Wäre ich sehr stark dafür. Ja. Ja, Mann. Die hauen richtig rein. Ist nicht so ganz ersichtlich, wo sich hier noch... Zeug zum Looten befindet. Okay. Lassen wir mal hier weitergehen. Ähm. Irgendwas muss doch hier... Wird doch ein Endboss oder irgendwas sein. Oh ja, hier. Guck mal. Enthaupteter Priesterkammer der Prüfung... Berufung. Oh, X-Fahr. Der erste Boss. Shit. Ja, das ist natürlich... Okay, Blitz ist hingegen den natürlich... Absolut. Aber gegen die kleinen Adz, die er sph- Spawned. Ah, okay, okay, okay. I need time to prepare. I need time. Ja, ist okay. Oh, 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 oh. Aber der scheint Nachbar zu sein. Oh, weg hier. Eilung. Gut, wir treffen ihn, obwohl er auch in der Luft ist. Einen kleinen Ratten machen wir mit dem... Ja, da sieht ja gar kein Land gegen uns. Boom. Quest abgeschlossen. Oh, die ersten blauen Items. Halten wir uns direkt noch voll. Und jetzt hoffen wir, dass hier noch was Cooles zum Looten gibt. Nein, 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 nein. Ah. Shit. Okay, jetzt kommen wir nicht mehr. Ah, schade. Aber jetzt gucken wir, was wir gefunden haben. Müssen wir das noch identifizieren? Früher musste man das immer. So, das ist Offhand. 30 Schaden. Okay, krass. Plus 2 zu allen Werten. Okay. Bedeutet, Stärke, Intelligenz und so weiter. Dann haben wir noch krassere Stiefel gefunden. Eine richtig krasse Rüstung. Und einen magischen Stab. Magischer, jo. 62. Der macht fast so mehr als das Doppelte. 2,5-fache an Schaden pro Sekunde. Krass. Ah, ist ein bisschen langsamer. Er macht nur noch einen Angriff pro Sekunde. Okay. 6% Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust leiden. 6% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Nehmen wir trotzdem. Ah, das sind Zweihanddinger. Wo steht das? Das kann man leider schlecht erkennen, dass es ein Zweihandkollege ist. Okay. Wir halten das hier mal, falls wir einen geilen Einhand, ähm, Stab finden. Wir halten das hier mal. Die alten Ruins sind sicher. Die Stadt sollte sich jetzt sicher sein. Wirklich? Ha! Bei der Licht, du bist zu heaven-send! Oh, ich bin so sorry. Wir haben keinen Koffer. Aber wir haben ein Hot Stew, ein guter Kompany, und... Stay für ein Pint! Wash out the taste of the stew! We'd be honored if you'd join us. Du are Savior! Die Zeit sind weg. Ach... ... Ach! Ach! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. . My mother's blood. My mother's body. So shall you witness her glory. Before you die. Ich bin noch nicht bereit. Sie kommen! Okay, crazy. Was ist das hier denn, ey? Haben wir es geschafft jetzt? Okay, ziemlich story-driven. Viel mehr Cutscenes, viel mehr Zwischensequenzen als noch in den Vorgängern. Den können wir looten. Acht Gold, alles klar. So, hier... Mal erwarten die Bösewichte doch schon. Dann ist... Das sind jetzt alle die aus der Taverne, ne? Die ziehen aber ganz schön rein. Die Leute looten kann man offensichtlich nicht. Wir gucken uns doch mal kurz ein bisschen um, bevor wir mit dem Kollegen reden. Dann haben wir nicht noch ein Item gefunden. Harmonischer Beinschutz. Boom. Erdende Tunika des Schreiters. 4,5% Widerstand gegen Blitze. Cool. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wo wir das Zeug hier verticken können. Oh Mann. Manchelin. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Try to get inside the chapel, but it was locked and... Was ist das? 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 Sie... Sie haben sie gebrannt. Ein Blasphemous Ritual. Wie haben sie gelernt? Vielleicht ist die Antwort in der Kapel. Sie haben sie gebrannt. Für einen Grund. Die Schlüssel ist vielleicht auf der Frau, die sie führt. Wir haben hier von sieben abgeschlossen. Was auch immer das bedeutet. Kann man das hier irgendwo schauen? Vielleicht in dieser Region. Richtigkeiten, Charakter. So ein Questlog irgendwie an sich gibt. Scheint es nicht zu geben, oder? Hier haben wir nochmal das Profil. Das lädt immer ein bisschen. Da sehen wir jetzt nicht wirklich viel. Was können wir hier im Dreieck bearbeiten? Okay. Hier ist ein eigentliches direktes Questlog. Haben wir jetzt offensichtlich nicht. Karte und Tagebuch. Spieler zentrieren, schwenken, zoomen, Orte markieren. Sammlungen. Ich habe noch keine Herausforderung. Genau, das haben wir jetzt hier schon alles durchgeklickt. Ja. Nö. Offensichtlich können wir... Ah doch, hier guck mal. An der Seite. Versteckt. Das ist hier auch richtig. Also. Okay. Tagebuch. Prolog. Wanderschaft. Gebet um Erlösung. Kampagne. Das ist zweimal dasselbe. Offensichtlich. Mehr können wir nicht auswählen hier. Etappe Berg in der Dämmerung. Quest 5. Von 7. Halten. Dungeons zurücksetzen. Den Dungeon den wir schon gemacht haben. Gute Frage. Würde sagen wir arbeiten uns wie in den vorherigen Diablo teilen wieder von Quest zu Quest. Das heißt meine gute alte Karte ein Video ist eine Quest. Und damit werden wir die heutige Folge der Diablo 4 Beta beenden. Und sehen uns auf jeden Fall wieder mit der nächsten Quest im nächsten Video. Macht's gut bis dahin. Und bloß kein Stress.